Aloha und weiter im Text mit The Blob 2. Wir sind jetzt endlich so weit, dass wir hier Farbe bekennen. Upsa. Und, ja, mehr können wir hier gerade nicht machen. Also geht's rüber da. Boah, knapp. Ey. Du musst doch hoch, Blob. Ich habe herausgefunden, dass der beste Weg, die Aufmerksamkeit eines Ink-T-Agenten zu erregen ist, ihn zu ärgern. Wenn sie eine Patrouille rausschicken, können wir ihr Fahrzeug kapern. Mal dieses Gebäude violett, gelb und orange und um die Wasserpumpe freizuschalten. Wasserpumpe. Okay. Erstmal. So, jetzt werden wir erstmal groß. Ha. Wo ist der Kerl? Da ist er. Okay. Ups. Du-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup. Okay. So. Das hätten wir schon mal erledigt. Orange. Und wir haben schon mal die Bronze-Medaille fürs Bäume-anmalen bekommen. Gut. Gelb ist dort drüben. Deswegen brauchen wir nämlich dieses Ding. Orange. Orange. Herrlich. 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 Einmal loslassen, Blob. So. Nochmal dieses Extra bitte benutzen, um nur gelb zu werden. Vielen Dank für die Blume. Vielen Dank, Willi, von dir. So. Gut. Und dann müssen wir jetzt nur noch violett werden. Das ist einfach. Das ist blau und rot. Machen wir uns blau. Sammeln das hier ein und werden noch rot. Zack. Das war's. Benutz den braunen Schalter an der Wasserpumpe, um diese Tente zu beseitigen. So. Und dafür brauchen wir jetzt gelb. Right. Right. So. Dann go back to... Haben wir alles hier? Ja, wir können ja noch zurückkommen, wenn wir nicht alles haben. Na? Nein! Das hat ihre Aufmerksamkeit erregt. Geh an Bord eines dieser Engtierlander. Eines dieser... Egal. Und gleite hoch zur Brücke. Ja, mach ich. Diese Frachtplattform sieht nach einem guten Platz aus, um per Anhalter zu fahren. Yeah, ich bin in einer Blase gefahren. Ich bin cool. Ja. Oh. Sollte ich nicht irgendwo per Anhalter mitfahren? Ähm. Hallo? Leck? Oh oh. Moment. Ähm. Ah. Vielen Dank. Wer hat denn da gerade gemeckert? Irgendwer hat mich doch gesehen. Nein, meine Zeit! Meine Zeit! Meine Zeit! Komm! Schnell! Ich hänge fest, toll. Die Zeit will ich haben. Ohne diese Zeit gehe ich hier nicht weg. Da kommt der Frachter. Wo geht's denn hier lang? Ah. So kann man die hier holen? Oh oh oh. Okay, das mache ich noch. Ihr wisst hoffentlich, worauf ich hinaus will. Die Stellen, zu denen man angeblich nicht konnte. Ah, da sind noch weitere Leutchen drauf. Okay. So, das mache ich noch fix. Denn dann... Ah! Hey. Nicht immer so gemein sein. Okay. Okay, so kann man ganz viel Zeit gewinnen. Verstehe. Ja, das meinte ich. So kann man das machen. Ohne nass zu werden. Und da kann man auch noch vorbeifliegen. Genau. So, das mache ich noch. Und dann geht's weiter, denke ich mal. Ich habe Zeit verloren. Oh, das macht mich irgendwie sehr traurig. Hm. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. So, war hier noch irgendwas? Jetzt ist es eh zu spät. Wenn hier noch ein Bäumchen war, dann kann ich es jetzt eh nicht mehr anmalen. Aber scheint sowieso nicht der Fall gewesen zu sein. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Anscheinend nicht. Gut. So. Wo waren hier die Zeit? Die ich... Nein. Ach man, die hätte ich gern geholt noch. Leute, das mache ich auch noch schnell. Ist ja nicht so, als würde ich hier voll Zeit schinden oder so. Irgendwo hier hing doch Zeit in der Luft. Hey. Nein, 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 bleib drauf. Gut. Ich habe die doch erledigt, oder nicht? Und die Zeit konnte ich nicht einsammeln. Egal. Geht's weiter halt. In Ordnung, Blob. Du musst diese Tore aufsprengen. Die Kraftwerksarbeiter meinen, dir helfen zu können. Aber wir müssen sie zuerst retten. Diese Geschützer haben mich festgenagelt. Vielleicht kannst du ihnen ja besser ausweichen als ich. Wenn du von der Brücke gestoßen wirst, schieße ich mit der Windkanute wieder rauf. Das war's auch schon, Blob. Okay. Suche nach Vorräten, Blob. Hier wird gleich jede Menge Tinte losgelassen. Okay. Oh, oh. Gut. Das Ding wollen wir noch anmalen. Okay. Oh, oh. Gut. Oh, die Musik ist irgendwie schön in diesem Part. Oh, oh. Oh, Gott. Okay. Das sieht doch gleich viel besser aus. So, Leute. Ihr kriegt gleich eins auf die Nase. So. Okay. Wo sind die denn? Hey. Den kann man leider nicht kaputt machen. Los, los. Die Arbeiter haben das Kraftwerk für dich geöffnet. Getreter ist mit maximal braun. Ja, Moment. Okay, da kommt man nicht hoch. Kommt man wahrscheinlich anders irgendwie rein. So, bitte einmal hochschießen. Danke. Oh, da ist noch Zeit für mich. Hey, 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 hey. Moment. Danke. Oh, wow. Wasser. Wasser. Hat in dem Moment der Bonus nachgelassen? Oder des Dingens? Oh, Manu. So. Ja, jetzt macht mir das Wasser nämlich nichts aus. Gut. Da vorne sind noch Graulinge. Grün. Und jetzt brauche ich Rot. 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 Rot ist hier. So, das muss auch angemalt werden. Ach, dann halt so. Meine Güte. Könntest du bitte... Plopp. Oh, Mann. Oh Gott, das war knapp. So, und jetzt bitte einfach nur... Hallo? Na, also. Einmal das machen, was du sollst. Die Bunkertüren sind geschlossen. Du musst sie mit Farbe öffnen. Zeit. Bing. So, 30 Sekunden. Wow, der war knapp. Der war verdammt knapp. Oh. Eine Bunkertür geschafft, noch eine zu erledigen. Okay, oh Gott. Okay. Wow. Komm, lass mich mal hoch. Oh Gott. Wir sind durch. Zerstelle die Notstromversorgung. Die Notstromversorgung. Oh. Hi. Hi. Ich bin klein. So, und nochmal bitte hoch. Okay. Und. Nochmal hoch, bitte. So, dann bin ich wenigstens wieder etwas größer. Und es geht wieder nach oben. Ja. Der Strom ist aus. Zeit zum Transformieren. Oh. Bang. Bang. Sehr schön. Sieht so aus, als wäre das Tor nur der Anfang unserer Probleme gewesen. Oh, oh. Wir müssen hier durch, um zur Raketenanlage zu kommen. Das Raumfahrtzentrum hat eine Reiseröhre, die direkt zur Startplattform führt. Das ist unsere Chance auf eine Rakete. Okay. Okay. Super. Groovy. Gut. Malen wir hier noch alles an. Was nicht angemalt ist. Nämlich zum Beispiel dieses Haus dort. Und wir schauen... Ah, jetzt habe ich nicht gelesen, was der Infoticker sagt. Egal. Wir schauen mal, ob wir Blob noch aufrüsten können. 21. Nein. Macht aber nichts. Denn er ist ja so, wie er jetzt ist, schon ziemlich stark. Oh, die schöne Statue. Kaputt. Kaputt. Ich habe so den Verdacht, dass dies einer der ruhigen Momente vor dem Sturm ist. Das ist die Ruhe. Und da kommt der Sturm. Hier kommt der Sturm. War doch klar. Oh, oh. Herz aller Liebsten. So. Gut. Leben. Leben. Leben sind immer gut. Und da unten ist Inspiration. Oh, oh. Gut. Aber ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von The Blob 2 wieder. Over. Wie. Wie. Wie.